Ich schicke einfach voraus, wir sind ein extrem heterogenes Podium, was unsere Lebenswirklichkeiten und unsere Zugänge zu Cage betrifft. Das ist auch so geplant, denke ich, vom Veranstalter und wir werden es genau daraus versuchen, unsere Gesprächsthemen zu entwickeln. Vielleicht beginnen wir trotzdem ganz traditionell mit dem Komponisten, mit Klaus Lang. Ich habe ja vorher mir herausgenommen, in dieser kurzen improvisierten Ansprache schon einiges zu behaupten über Cage und sein Verhältnis und zu diesen Problemen, die in der Rede für Orchester angesprochen werden. Nachdem du der Einzige hier in der Runde bist, der es jemals selbst erlebt hat, vor einem Orchester zu stehen, das ein Stück von dir spielen soll, fangen wir doch ganz autobiografisch an. Wie fühlt sich das an? Ja, also ich glaube, dass das auch, was du vorhin sagtest, ganz zentral ist, dass der Text eben ein praktischer Text ist, sozusagen ein Text, der aus einer konkreten Situation heraus entstanden ist. Und ich bin immer gerührt, wenn ich den Text lese, weil das einfach diese menschliche Größe von John Cage auch zeigt, weil die Situation, noch dazu in den frühen 50er Jahren, die hat sich zwar bis heute nicht wesentlich verändert, aber es treffen einfach wirklich zwei extrem unterschiedliche Welten aufeinander, wenn ein Komponist auf ein Orchester trifft. Der eine Punkt, nämlich sozusagen die Sichtweise des Orchesters von dieser totalen Hierarchisierung, in der man drinnen sitzt, hat Christian Scheib, glaube ich, schon ganz deutlich geschildert. Der zweite Aspekt, den man als Komponist immer begegnet, ist der, dass im Allgemeinen Fall Orchester überhaupt keine Lust haben, zeitgenössische Musik zu spielen. Das RSO ist da sicher eine Ausnahme. Danke. Aber ich habe schon mit einigen Orchestern und Opern, Orchören und derartigen Institutionen zu tun gehabt, die natürlich überhaupt keine Lust haben. Und man hat immer das Gefühl, man ist jetzt einer schweigenden, im Bestfall schweigenden Wand von hundert Menschen gegenüber, die überhaupt keine Lust haben, das zu machen, was man gemacht hat. Und die einfach das nur deswegen machen, weil sie in diesem hierarchischen Betrieb drinnen stecken und die einem eigentlich sehr oft eine große Aggression entgegenbringen. Also das Gefühl ist das, dass man ein hartes Komponist. Und das entspricht auch der Realität. Und andererseits, das ist diese eine Situation und das Cage, das eben in diesem Text geschafft hat, auf diese Aggression und diese, wo er schreibt, die Leute sollen nicht lachen über seine Arbeit, sie sollen das ernst nehmen, dass er darauf eben nicht einsteigt im Sinne dieser Aggression, eine Gegenaggression entgegenzustellen und anfängt zu schreien und zu schimpfen, sondern versucht zu erklären und versucht, die einzelnen Musiker anzusprechen. Das ist, finde ich, auch das Großartige an diesem Text, dass er eben nicht versucht, jetzt das Orchester so als Masse zu beschimpfen, sondern versucht, jeden Einzelnen anzusprechen und ihm zu erklären, zu versuchen, wie ist es gemeint, was ich gemacht habe. Also insofern, finde ich, ist der Text eben aus dieser Situation heraus und ein Vorbild auch, wie man menschlich quasi umgehen kann, in so einer Situation, in der man auf große Ablehnung und auf Verächtlichmachung seiner eigenen Arbeit stößt. Wie kann man darauf reagieren? Also das war, finde ich, ein großer, also für mich ein großes Vorbild, auch wie man sich menschlich verhalten kann in so einer Situation. Was aber, finde ich, auch noch, es kommen natürlich die zentralen Gedanken von Cage raus und die zentralen Gedanken, finde ich, die sind bei Cage wie bei jeder Kunstausübung letztlich diese beiden Aspekte, nämlich von Regelhaftigkeit und von Form, weil wenn man den Text genauer durchliest, sieht man einfach, dass er den Musikern bis ins Detail sagt, wie sollen sie ihre Töne spielen. Er sagt nicht, spielt irgendwas, sondern er geht sogar in seiner Definition dessen, was sie tun sollen, eigentlich noch weiter. Es sind die klassischen Texte. Die klassischen Texte sagen, was klingen soll. Cage sagt sogar auch noch, in welcher Haltung das gespielt werden soll, was klingen soll. Und das heißt, der wesentliche Unterschied ist einfach der, dass er aber die Verantwortung für das an die einzelnen Musiker abgibt und nicht eben den Dirigenten als Polizisten anerkennt, sondern sagt, jeder muss diese Disziplin, diese Regelhaftigkeit, diese Form für sich selbst wahren und für sich selbst halten. Und jeder ist für sein eigenes Tun verantwortlich, auch in diesem Kollektiv vom Orchester. Und das entspricht seiner Grundhaltung und auch der grundsätzlichen Ästhetik seiner Musik. Und insofern finde ich, sind in diesem Text diese beiden Aspekte von Cage einerseits seine Größe als Person und andererseits aber auch die zentralen Punkte seiner Kunstauffassung eben vertreten. Sarah Spiekermann, wenn Sie jetzt den Klaus Lang darüber reden hören, über eben dieses Überantworten von Verantwortung an jeden Einzelnen, egal in welchem Kontext und in welchem Netz er eingespannt ist. Aus Ihrer Arbeitswirklichkeit, aus Ihrem Forschungsbereich, gibt es da Korrespondenzen, die für Sie jetzt irgendwie sozusagen auftauchen, sichtbar sind? Ja, also vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich Professorin für Wirtschaftsinformatik bin. Also ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag mit Technologie oder wie Technologie entsteht. Und ich möchte gerne diesen Aufhänger mal benutzen, dass wir eigentlich so eine ganz traditionelle Herangehensweise haben an die Musik, das Orchester, jeder weiß, was er tut. Und genauso war das auch vor 30, 40 Jahren in der Entwicklung von Technologie. Da wusste eine Firma, brauchte einen Computer, der war so groß wie ein ganzes Zimmer oder wie mehrere Zimmer. Und dann saßen ganze Mannschaften, denen wurde ganz genau gesagt, welche Programme sie zu schreiben hätten, was genau passieren soll. Und die Informationen, die dann den Mitarbeiter erreicht hat aus diesem System heraus, oder die, die wir als Empfänger der medialen Wirklichkeit hatten, die war genau vorprogrammiert. Und im 20. Jahrhundert, zu Ende des 20. Jahrhunderts ist das aufgebrochen. Und das ist auch vielleicht aufgebrochen, weil es diese parallele Entwicklung eines technischen Aufbruchs gab und einer völlig neuen Art und Weise, wie Technologie gebaut wurde und wie sie auch von uns empfangen wird und was wir damit machen. Und ich habe mir halt mal Gedanken gemacht, wie man daher relativ systematisch auch die Ideen von John Cage in Verbindung setzen kann zu Technologieentwicklung. Der erste Punkt ist im Prinzip was ganz Positives. Das ist dieses, was Sie ja auch gerade sagten, das Vertrauen in den Menschen, das Vertrauen zunächst mal in das Orchester, in den Musiker. Der Mensch, der das Ding aus dem Ding plötzlich den Klang rausholt, genauso wie wir das eben alle gemacht haben. Das ist der Kreative. Und wir haben das in der Softwareentwicklung auch eben zum Ende des 20. Jahrhunderts. Die Entwickler, die Open Source Gemeinde ist ein wunderbares Beispiel. Viele Menschen an unterschiedlichen Enden dieser Welt entwickeln gemeinschaftlich Software-Codes. Sie sind völlig frei in dem, was sie da tun. Sie geben es in die Gemeinschaft und die Gemeinschaft geht dann den nächsten Schritt. Auch der Betrachter. Wir sollen bei John Cage im Prinzip bestimmt der Betrachter, wie bei Duchamp, der Betrachter hier bei der Musik, der Hörer, was das Werk bedeutet. Wenn Sie das übertragen auf die Technologie, ist das genau das Gleiche. Heute erlaubt uns die Technologie, dass wir Dinge neu zusammensetzen, dass wir End-User-Programming, nennt man das, betreiben, dass wir Innovationen auf unseren Computern stattfinden lassen, dass wir Informationen, die uns vorher von den Medien platt vorgegeben wurden, dass wir die plötzlich wie in Wikipedia verändern, umschreiben, was völlig Neues entstehen lassen. Also das ist ganz positiv und das setzt den Menschen eine neue Rolle. Ein zweiter Punkt, wo man Cage mit Technologie in Verbindung bringen kann, ist diese Haltung von Cage, dass alles sich im Fluss befindet. Also auch die kritische Haltung gegenüber dem Original. Und genau das Gleiche haben Sie in der Technologie auch. Wir haben ein Release-Early-Release-Offen-Prinzip. Wir wissen bei Software oft gar nicht, was war eigentlich das Original. Wir sprechen eigentlich nur in Versionen. Das ist auch eine Parallele. Es gibt aber auch, ich möchte auch einige kritische Anmerkungen, wo sich Cage und die Technokraten komplett voneinander unterscheiden. Und zwar kann man da mal beginnen mit dem Begriff der Ästhetik. Also Cage kämpft ja gegen die Lähmung, die das Verstehen verursachen würde. Und da geht er auch in eine Tradition, die wir auch von Nietzsche her kennen, der mich sagt, Musik kann ihrem Wesen nach unmöglich Wille sein. Der Wille ist unästhetisch. Der Wille, also das Verstehen, das ist unästhetisch. Und wenn Sie aber beobachten, wie Technokraten, wie Softwareentwickler Ästhetik empfinden, da haben Sie genau das Gegenteil. Für den Programmierer ist das Ästhetischste, wenn ein chaotischer Code plötzlich in einem logisch-mathematisch-perfekten Algorithmus zusammengeführt wird. Das heißt, der Inbegriff der Ästhetik beim Programmierer, das ist der vernünftigste und der logischste und der klarste und der intelligenteste. Und das ist genau das Gegenteil von diesem schöpferischen, dionysischen, bewegten, was wir bei Cage und dessen Auffassung finden. Und letztlich, und das ist mein letzter Punkt, übersetzt sich dieser Gegensatz auch in die Ziele und die Haltung, die wir in unterschiedlicher, völlig unterschiedlicher Form bei Cage finden oder bei der Technologieentwicklung. Bei dem Cage ist es nämlich so, dass sein Ziel ist eigentlich die Absichtslosigkeit. Also er möchte mit der Welt in Kontakt treten, aber ohne ihr Gewalt anzutun. Und bei der Softwareentwicklung ist das ganz, ganz anders. Die Softwareentwicklung ist immer nur absichtsgetrieben. Man hat eine Softwareentwicklung, am Anfang steht immer die Anforderungsanalyse, das Ziel, mit dem man etwas verfolgt. Cage will keine Ordnung aus dem Chaos gewinnen und die Schöpfung nicht verbessern. Der Programmierer und die Softwareentwicklung möchte das Chaos beherrschen und in eine Ordnung hineingießen. Und er will die Schöpfung verbessern, weil er glaubt nicht an den Menschen. Das Menschenbild bei den Softwareentwicklern ist leider ein sehr trauriges. Man kann es mit einem ganz einfachen Begriff umschreiben, der da heißt Dau. Dau steht für den Dumbest Assumable User. Und der Dumbest Assumable User, also zu Deutsch der dümmste, nur vorstellbare Benutzer, für den sollen bitte Programme geschrieben sein, damit auch nichts schief geht. Und da die Haltung besteht, dass nur der Intelligenteste in der Lage ist, Software zu schreiben und die Softwareentwickler sehen sich damit in einer Elite. Und man entwickelt für den dummen Menschen, der immer nur chaotisch alles falsch macht, im Unternehmen und so weiter, oder auch im Umgang mit Systemen. Was möchte man, was ist das Endziel? Das ist die Schöpfung zu verbessern. Es ist der Punkt, auf den man hinarbeitet, der da heißt der Singularity. Das ist der Punkt, wo die Maschinenintelligenz, die menschliche Intelligenz überschreiten soll. Genau genommen 2026. Und darauf arbeitet man hin. Und das ist etwas ganz anderes, als das, was Ketsch uns geschenkt hat. Das war's. Kann ich mir so ein Ding nehmen? Funktioniert das? Ich glaube, es funktioniert. Hört man nicht? Ich würde vielleicht eben gerne eine kleine Provokation anfügen, die Cage, zumindest in der Zeit, wo ich mit ihm zusammen war, öfters geäußert hat. Und das war die Beobachtung, dass Technologie, wenn sie gut ist, immer kleiner wird und demnach irgendwann verschwinden würde. Soll ich da was antworten? Naja, also er hat sicherlich zu Recht beobachtet, dass die Technologie immer kleiner wird. Die Nanotechnologie oder überhaupt jetzt die Chip-Technologie, da sind die Prozessoren noch nicht mal so groß wie ein Sandkorn. Aber verschwinden tut sie dadurch überhaupt nicht. Sie wird ubiquitär. Sie ist allgegenwärtig. Und da dürfen sie sich nichts vormachen. Vielleicht zeigt es auch, aus welcher Geisteshaltung Cage oder aus welcher Tradition er kommt. Er fand ja den Begriff Tradition nicht so wahnsinnig glücklich für ihn, aber er stand ja doch in einer Tradition, die er aufbrach. Und diese, sagen wir mal, analoge Vorstellung, dass das, was man beobachtet, auch zu einem Ergebnis führt, nicht, das ist vielleicht das, was in dieser Spekulation drinsteckt, dass wir das beobachten, dass es kleiner wird für uns und das, was wir wahrnehmen, auch dann zu dem führt, was es eigentlich ist, nämlich es verschwindet, wir sehen es nicht mehr, also existiert es dann in einem nächsten Bereich. Für ihn, die Provokation ist natürlich die, denke ich, dass im Sinne eines, also des Anarchischen, dass man zurückkommt zu dem Zustand, dass jeder sich selbst regiert, nicht wahr? Und das entspricht ja nun genau eben nicht, wie Sie schön gezeigt haben, dass, also diesen Widerspruch zwischen Technologie und Ästhetik, so. Aber, Kannst du das noch kurz merken? Ich dachte jetzt, jetzt gab es schon in Ihrem Statement ein paar Passagen, wo ich so mithörend dachte, wenn man jetzt nur ein paar, und ich schaue jetzt den Herrn Fockenhuber an, wenn man jetzt nur ein paar Worte austauscht, ist es eigentlich eine Rede über, sozusagen, um es jetzt ganz banal zu sagen, über Politik. Wo ist Ziel? Wo ist Organisation? Wo ist, also wen halte ich wofür? Wie gehe ich damit um? Also das sind ja, wie gesagt, man braucht nur ein paar Begriffe austauschen, und es war eine kleine politische Ansage darüber, wie das Verhältnis von wenigen zu vielen, von Individuen und Masse eigentlich funktioniert. Wie hören Sie so einen Text? Das war meine nicht ausgesprochene Frage. Ja, das funktioniert meins auch. Ja, man braucht nur ein paar Begriffe austauschen. Ich glaube, es funktioniert noch nicht. Schauen wir mal, ob das andere funktioniert. Einfach mal das probieren. Danke sehr. Da braucht man ein paar Begriffe austauschen. Aber ich habe den Text anders gelesen. Jetzt muss ich ja jemand was gedacht haben, dabei mich eingeladen zu haben. Er hat es mir nur nicht gesagt. Also ich muss frei versuchen, diese Erwartung zu erfüllen. Satirisch betrachtet, oder eigentlich sehr konkret, habe ich in dem Stück 4 Minuten 33 doch 15 Jahre verbracht. Also ich kenne dieses Stück in- und auswendig. Sie haben eine ganz ähnliche Situation. Ein Ausschusslokal ist etwa so wie ein kleiner Konzertsaal. Vorne findet, heißt nur Rednerpult, ist aber etwa so, eine Performance statt über 8 Stunden, der Sie natürlich nicht zuhören, sondern das, was Cage gebietet, ganz von allein tun. Sie hören in den Saal, Sie hören die Geräusche, Sie verfallen in Meditationen, in mystische Abwesenheiten. Und irgendwann oder zwischendurch, und da wäre die Kunst der Rhetorik, die auch was mit Politik zu tun hat, wird sich in diesem Konzert von 8 Stunden 33 immer wieder eine Rede auch durchsetzen, ein Argument sich kristallisieren und man wird zurückkehren aus dem Chaos der Geräusche zu einer präzisen Bedeutung. Also insofern ist Cage für mich Alltag. Das zum Handwerk. Gelesen habe ich ihn gestern Abend eigentlich. Ja, da muss man sagen, wie liest man den, wenn man so eingeladen wird. Und ich habe ihn sehr aufmerksam, ziemlich spät in der Nacht gelesen. Und mir ist natürlich aufgefallen, dass ich den Kopf voller Krise habe, seit Monaten voller Krise habe. Weil das ist derzeit sozusagen die politische Aufgabe. Und insofern erschien er mir schon, sehr prophetisch zu sein. Ich habe ihn nicht als praktischen Text gelesen, er ist ein sehr vielfältiger Text. Ich habe ihn als einen spirituellen Text gelesen. Ja, Chaos und Präzision, Anarchie und Disziplin sind mir alles sehr vertraute Gegenstände, Prinzipien meines Arbeitens und auch das, worauf es ankommt. Überrascht war ich dann. Ja, und überrascht war ich vielleicht von einer mehrfachen Passage. Also es geht um Neudenken. Auch das, eine urpolitische Situation, der Dirigent oder er lässt den Dirigent oder er spricht vor dem Orchester, einem Orchester, das gewohnt ist, Töne professionell zu spielen. Das ist eine Institution, die hat einen Konzertkalender und spielt dort Stücke, wie man sie spielt. Dann lässt man dem Dirigenten einen kleinen Spielraum, ein bisschen so, ein bisschen so, je nachdem, wie sympathisch er im Orchester ist oder wie charismatisch heißt das dann. Und jetzt versucht jemand, einen Ton, der vielleicht gar nicht anders ist, also die Töne von Ketschen, finde ich weniger als Geräusche, sondern durchaus als klassische Klänge, neu zu spielen. Und diese Zumutung an das Orchester, das ist eine sehr rhetorische Situation. Ja, also sie versuchen durch eine Rede, Menschen mit etwas zu gewinnen, innerhalb eines vorgegebenen Streits, einer Auseinandersetzung, einer Tagesordnung. Und die einzige Aufgabe ist eigentlich, das neu zu sagen, so, dass es denn die 4,33 Minuten durchbricht, die Geräuschkulisse und plötzlich wirksam wird. In diesem Text präzisiert er das ein bisschen, auf sehr politische Weise. Er sagt dann Neudenken, Nobelhandeln. Also das Wort Nobelhandeln kommt in dem kleinen Text zweimal vor, ohne dass er je erklärt, was das sein soll. Er bittet das Orchester, einmal wenn sie hinausgehen und wieder zurückkommen und dann am Ende überhaupt als Generalappell, Nobel zu handeln. Ohne dass klar ist. Es hat aber offenbar etwas zu tun, aus dem die Dinge aus dem Zentrum heraus selbst sprechen zu lassen, zu Wort kommen, zu Klang kommen zu lassen, nicht aus einer vorgefertigten Interpretation, nicht aus einer eingefleischten Gewohnheit, sondern in einem Moment der Integrität, in der etwas laut wird, in der etwas zu Wort kommt. Und auch das ist die Aufgabe der Rhetorik, etwas viel Gesagtes, oft Gesagtes, so zu sagen, dass glaubwürdig, klar wird, die Integrität aufleuchtet, dass das gemeint wird, dass das zu Wort kommt, ob es ein Interesse ist, ob es eine Idee ist, ob es ein Argument ist, dass das tatsächlich zu Wort kommt. Das war sein Kampf, den ich in diesem Text empfunden habe, der hochpolitisch ist. Wie kann ich in einer Runde von Menschen die Klänge wie Worte bis daher haben, ein Wort, einen Klang so sagen, dass dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau weiß, das trifft, will tatsächlich das repräsentieren, worauf es zeigt. Das war mein Eindruck von der Sache. Insofern habe ich ihn sozusagen als Revolutionär gesehen. Zugespitzt, weil ich sagte, ich hatte den Kopf voller Krise, ist es tatsächlich eine sehr genaue Handlungs, wenn man will, ethische Handlungsanleitung für eine Situation wie die Krise, in der natürlich tatsächlich in dieser Ausgesetztheit alles in Frage gestellt wird, was uns vertraut ist. Auch mit Bedrohungen, auch mit Ungewohnheiten, also so wie das Publikum sich schwer tut, so ein Stück mit zu fabrizieren, zu produzieren, ist es natürlich unendlich schwer, in einer Krise, wo alle Dinge in Frage stellen, die Dinge neu aufzurufen. Und dieses, die Dinge neu aufzurufen, neu zu denken und dann nobel zu handeln. Wer das jetzt einmal auf die Finanzkrise übersetzen würde, wir wissen nicht mehr, was das Verhältnis von Geld und Arbeit ist. Wir wissen nicht mehr, was das Verhältnis der Generationen ist. Wir führen einen Verteilungskampf, der die Generationen umfasst, der die Interessenslager, die Institutionen umfasst, aber wir wissen nicht mehr ganz genau, was sie eigentlich genau darstellen. Und sollten darin trotzdem nobel handeln. Also wenn ich jetzt sehe, Griechenland, Portugal, wenn ich sehe, dass in der ARD hunderttausende Demonstranten als Kleindemonstrationen dargestellt werden, ich halte das gar nicht für böswillig, sondern einfach für unfähig, etwas, was wir nicht dachten, dass in Europa auftauchen wird. Wir waren nicht darauf gefasst und es fehlen uns die Bezeichnungen dafür. Geschweige denn, dass wir darin nobel handeln können. Denn dass es nicht berichtet wird, hat einfach den Grund, dass wir mit dem Elend auf Griechenlands Straßen und auch mit der Gewalt nichts anfangen können. Die einen glauben immer noch, wenn wir sie noch einmal mit Sparpaketen zudecken, noch einmal zwingen, ihr Leben zu ändern, noch einmal alles kurz und klein schlagen, dann würde daraus schon wie Phönix aus der Asche die Heilung Griechenlands und letztlich Europas entstehen. Nichts davon ist natürlich wahr, das ist auf einen Blick zu erkennen, dass es weder integer ist, was hier aufgerufen wird. Wenn wir reden von einer Schuldenkrise, die in Wirklichkeit eine Bankenkrise war, und warum reden wir nicht mehr von der Bankenkrise, sondern von der Schuldenkrise, nämlich weil wir die Zahler, die die Schuldenzahlen geändert haben von den Banken, den Finanzmärkten zu den Menschen, die mit ihrer Mindestrente das bezahlen müssen. Also es kann keine Rede davon sein, dass derzeit im politischen Raum die Interessen, die Dinge, die Nöte, die Notwendigkeiten integer aufgerufen werden. Das liegt daran, dass in der Krise viel Aufgescheuchtheit, nur Chaos, aber keine Präzision, nur die Anarchie der Interessen, aber nicht die Disziplin herrscht. Also diese Frage der Integrität, die er mir nahegebracht hat, und die Frage des noblen Handelns, das ist für mich die Aufführung des heutigen Tages von John Cage, für die ich mich bedanke. Danke. Ja, nobel. Ich fand ja auch, ganz persönlich gesagt, ich kenne den Text schon sehr lang, aber es verändert natürlich auch das Wiederlesen des Textes unter neuen Voraussetzungen, auch wenn man den Text liest, und kannte eben, ich meine, ist mir sehr vertraut ein Großteil dessen, was da eben drinsteht über die Disziplin und ähnliches. Ich war dann tatsächlich, weil halt durch Zeiten vergangen sind, ich war auch überrascht darüber, dass zumindest in der deutschen Übersetzung einfach das Wort nobel zweimal vorkommt. Obwohl, wenn man Cage kennt oder wenn man sich erinnert an das, was er gemacht hat, ist sie ja gar nicht erstaunt, weil natürlich ist es genau diese Haltung, die in einem so irgendwie altmodisch klingenden Wort fast am besten zum Ausdruck kommt. Ich wollte jetzt, bevor vielleicht ich ganz absichtlich die beiden Künstler hier auf dem Podium auch wieder zu Wort kommen, dass trotzdem nochmals so quasi da jetzt zufällig dazwischen sitzen, es ein bisschen nochmal verknüpfen, weil so wie ich anfangs gesagt habe und ich würde es gerne nochmals betonen, es ist eben all diese, wie soll ich sagen, utopischen Vorstellungen von noblen Handeln, von eigenständigem Handeln, von Eigenverantwortung, tauchen in diesem Text, ja wie gesagt, nicht zufällig in einem Text an ein Orchester auf, es ist eben kein Text an ein Streichquartett und es ist kein Text an eine Performance-Gruppe, sondern es ist ein Text an ein Orchester und das, ich weiß nicht, wie gut Sie alle mit dem, wie soll ich sagen, dem System Orchester vertraut sind, ein Orchester funktioniert ja nur deswegen so perfekt, weil es all diese Strukturen hat, die es hat, also wäre dann nicht diese extrem diffizile Hierarchie auf sowohl künstlerischer als auch jeder anderen Ebene vom Konzertmeister bis zum Tuti-Bragisten, das sind ja nicht 80 gleichberechtigte Musiker und das würde auch nicht funktionieren, wenn die alle mit dieser Haltung Shostakovich spielen wollten, ja, dass der Cage dann natürlich genau an diesem Punkt zur größten Fallhöhe gelangt, ist klar, weil sieben interessierte Musiker oder auch wenige interessierte Musiker, die kann man ja, mit denen geht man ja individuell um, mit einem Klangkörper dieser Größenordnung kann man dann entweder kapitulieren oder wütend werden oder man ist ebenso nobel wie Cage und formuliert es auch wirklich genau, wo denn dieser Widerspruch ist zwischen, ich meine, der ist ja Komponist, der wusste ja, was ein Orchester ist, zwischen dem Verhältnis, dass er jetzt plötzlich ein Stück schreibt, das nur dann funktioniert, wenn sich der ganze Klangkörper völlig antizyklisch zu seiner Existenz verhält. Also, weil das Stück funktionierte eben nicht, wenn man sich an das verhält, warum man eigentlich gut funktioniert. Und dieser Widerspruch war natürlich dann besonders deutlich, wenn er sich nicht mit David Tudor auf die Bühne setzt, sondern mit einem System, sozusagen, das seiner Ideologie völlig widerspricht. David, eine ganz kleine Gerd, das Interessante ist ja das, dass ja sehr viele Orchestermusiker sagen, sie leiden gerade unter dieser Situation, dass sie ihr ganzes Leben lang am dritten Pult sitzen und immer genau das machen müssen, was jemand anders ihnen sagt. Und dann aber gibt es, also ich kenne die Situation ja auch, dass es manche Partituren von mir gibt, wo ich plötzlich den Musikern viel mehr Verantwortung gebe. Und bei Cage ist das der Extremfall, wo jeder für sich die Verantwortung hat. Und die Reaktion von den Musikern ist dann eben nicht die toll, ähnlich können wir einmal selbsttätig für uns entscheiden, sondern sie machen sich lustig darüber, sie nehmen es nicht ernst. Also sie sind so, das ist das Interessante, dass die Freiheit, die dann plötzlich einbricht, viel schwierig, also genauso schwierig zu ertragen ist, wie die Disziplin, der sie vorher unterworfen war. So, Klammer geschlossen. Das stimmt natürlich. Was da vielleicht dahinter steht, ist ein bisschen die Vorstellung, die Cage öfter geäußert hat, dass wenn er Musik komponiert, er versucht, in der Musik soziale Zustände herzustellen oder aufzuzeigen. Was heißt das? Oder abzubilden. Also er ging, soweit ich das verstanden habe und aus der Erfahrung mit ihm erlebt habe, wirklich ganz direkt darum, in einem solchen Orchesterstück ein Abbild der Gesellschaft zu zeigen, wie er sie vorfand und die aufzubrechen zu dem, wie er sich das idealerweise vorstellte. Wir haben bei Cage häufig die Vorstellung, dass er ein Technokrat war, weil er so viel musikalische Innovationen geleistet hat, weil es so ein gewisses Stigma gibt mit diesen Zufallsoperationen und Chaos und all diesen Geschichten, die er da so anwandte in die Komposition und auch oft sehr ausführlich beschrieb. Aber das Bild wandelt sich und ich fand das jetzt sehr schön beschrieben von uns, wie bis jetzt, wie dieses Bild von Cage sich zu etwas sehr Allgemeinem wandelt. Wir sagen, er ist in den Mainstream eingegangen. Wenn wir beobachten, wie in der Popmusik plötzlich Leute seine Ideen aufgreifen, schon seit vielen Jahren und Dinge für uns selbstverständlich werden im Hörumgang, die vor 50 Jahren undenkbar waren und unhörbar waren. Das geht jetzt sehr schnell. Ich möchte dazu ein kleines Beispiel anfügen, dann komme ich zum Thema zurück. Die letzte Komposition, die Cage gemacht hat, dieses One Eleven, dieser Film, an dem ich mitgearbeitet habe, wurde zusammen mit einem Orchesterstück aufgeführt, 103, 103, für 103 Musiker, die eben auch selbstständig spielen sollen. Da steht dann genau dieses Problem immer wieder. Das merkt man in den Proben sofort. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Es geht also hin und her zwischen diesem, also es ist ein perfektes Beispiel für wie das funktioniert und nicht funktioniert und man muss eine Anleitung geben und doch sich dann wieder zu rausziehen. Das Ergebnis war, nach 20 Jahren, die Uraufführung war vor 20 Jahren und heuer nach 20 Jahren zum 100. Geburtstag eine neue Uraufführung mit Orchester und die Pressestimmen waren überraschend für mich. Als vor 20 Jahren diese Musik aufgeführt wurde, war er der Neutontöner. Es war schwierig zu verstehen, was er klanglich sagen wollte, also man musste sich noch dran gewöhnen. Jetzt, 2012, waren die Pressestimmen, es ist ja erstaunlich, wie zahm das alles ist, wie durchhörbar, wie geradezu, ja, es ist vielen Begriffe wie reaktionär, also vom Klang-Eindruck, vom Gewöhnung her, dass also diese harmonischen Flächen, die sehr kompliziert sind, die vor 20 Jahren noch als komplizierte, harmonische, atonale oder distonale Flächen verstanden wurden, heute plötzlich harmonisch klingen und gehört werden und man Verläufen folgen kann. Ich komme gleich noch zurück auf diese Allgemeingültigkeit, die in diesem Werk von Cage drinsteckt, über die wir, glaube ich, heute sprechen, dass also der Cage vor vielen Jahren schon verstanden hat, so denke ich, was bewegt die Welt? What makes the world tick? und der hatte die Begabung, das in diese musikalischen Situationen so hineinzuholen. Ich saß in diesem Konzert und dachte mir, wie kommt das, dass ich ein Stück heute als vollkommen gefällig begreife, als angenehm, als harmonisch positiv, als bewegend, im Sinne von, ich kann da durchgleiten plötzlich durch dieses Stück, ich werde an die Hand genommen und wir reisen zusammen, nicht wahr? Und vor 20 Jahren völlig verloren war in diesem Ding, und viele völlig verloren waren und ich musste dann daran denken, wie wir durch die Globalisierung, durch das, was hier angesprochen wurde, seit 20, 30 Jahren einer Masse an Bildern und Klängen ausgesetzt sind, die wir mittlerweile für selbstverständlich nehmen. Als Stockhausen seine Telemusik schrieb, war japanische Musik im Grunde genommen unbekannt in Europa oder Gamelanmusik, diese unterschiedlichen Musikformen, die er in diese, in seiner Komposition in den 50er und 60er Jahren einführte, ähnlich mit Cage. Heute ist uns das alles bekannt und wir stehen davor und der Kritiker schreibt, ja, das ist ja eigentlich alles schon bekannt. Was das für mich bedeutet, ist, dass der Cage, indem er diese Situationen schuf, auf ein allgemeines Bild einging und dafür ein musikalisches Bild schuf oder eine allgemeine soziale Situation und das hat funktioniert und deswegen ist er so wichtig für uns heute. Man kann sich ja fragen, wie kommt es, dass ein Komponist eine solche Bedeutung hat und das geht dann schon in die Bereiche von den großen Komponisten, die die Welt verändert haben, wie Bach, Mozart, Beethoven und so weiter und an den Cage denkt man aber so noch nicht. Wir sind aber letztlich an einer Neudefinition auch dessen, was Cage wirklich bedeutet hat. Ja, danke. Ich würde da gerne darauf antworten und zwar, wenn unser Leben fast schon dadaistische Züge annimmt und wir eigentlich als flexibler Mensch immer und überall uns permanent neu definieren müssen, dann ist es vielleicht auch kein Wunder, dass wir diese Musik plötzlich ertragen können, weil sie ist im Prinzip, also ich sage es mal, ich will das gar nicht negativ, sagen wir mal, doch, viele Menschen kommen ja mit John Cage überhaupt nicht zurecht und das heißt, das was Sie sagen, ich habe mich daran gewöhnt, ja, der flexible Mensch in unserer Gesellschaft, der hat sich daran gewöhnt und der kommt auch mit dieser Art von Musik zurecht, weil er auf alles reagieren kann, ja, theoretisch. Er kann sich jeden Tag neu definieren, so wie sich diese Musik neu definiert. Aber 90 Prozent der Gesellschaft kommen damit gar nicht zurecht. Also das stimmt und stimmt auch wieder nicht, also nach meiner Beobachtung ist das beides richtig. Was ich vorhin meinte, dass zum Beispiel diese Samplekultur, dass wir, also dass eine Popgruppe meinetwegen als Schlagzeug ein, das Anzünden eines Streichhals benutzt, den Klang davon, das ist ohne Cage und die Vorarbeit durch Cage nicht denkbar oder einstürzende Neubauten, die also dann alle möglichen Schlagzeuginstrumente selber entwerfen oder so und dann damit Musik machen, das fußt genau auf dieser Tradition. Also wir sind schon auch in gewisser Weise bestimmte Dinge gewöhnt, Klang erzeugen, dass, wo der Cage am Anfang dieser Entwicklung stand. Also ich will auch nicht die Größe dieses Künstlers in Frage stellen und den Innovationsimpuls oder die damalige Avantgarde, das nicht. Ich frage mich nur in einem nächsten Schritt, was er damit eigentlich künstlerisch einläutet, repräsentativ für die Gesellschaft und wie aber die Gesellschaft damit zurechtkommt. Und Sie stellten das eben sehr positiv da, so nach dem Motto, wir finden das alle jetzt ganz toll und da bin ich Sie und ich bestimmen das Podium auch vielleicht hier die Anwesenden, aber vielleicht auch einige der Anwesenden nicht und vielleicht haben Sie schon gemerkt, dieses Zögern, als wir eben dieses Experiment machen sollten. Da waren ja viele nicht so... Darf ich noch einmal kurz darauf antworten? Der andere Aspekt ist auch der der Heranführung an das Werk. Also das eine ist, wie das Werk in den Mainstream übergeht, das andere ist aber, wie kriegt man den Mainstream zum Werk, also wieder zurück zu dem Komponisten. Dabei fällt mir ein anderes Beispiel ein, die in Berlin hatten wir jetzt von Gerhard Richter, große Retrospektive. Da gab es schon mal in Berlin im gleichen Hause 1985 eine Ausstellung von Richter, zu der niemand ging. Das war ein total, das war der größte Flop in seiner Karriere. Jetzt strömen die Busladungen dahin. Was sind das für Busse, die dahin gefahren sind? Das waren Leute, die in der Zeitung irgendwo was gelesen haben und es wurde diese Reise dahin organisiert. Warum? Weil er heute der teuerste Maler der Welt ist. Diese Busladungen werden da angeführt, nicht weil es um die Kunst geht, überhaupt nicht, sondern weil er ein Phänomen ist. So und jetzt kommen die Leute in diese Ausstellung hinein und ich habe mit vielen gesprochen dort und die sagen, ich verstehe das, ich bin vollkommen überrascht, mir gefällt das ja. und die Leute artikulieren ihre Assoziationen. Wir reden jetzt von Leuten, die klassischerweise nicht zu solchen Dingen geladen sind und da denke ich, dass wir, dass sich zwei Dinge nähern. Das nur dazu. Bevor ich mich jetzt dann nochmals bemühe, wieder zurückzukommen, reagiere ich da auf das Johannes Fockenhofer schon länger anmerkt, dass er auch wieder mal was sagt. Wir nennen ja John Cage auch einen Philosophen und in diesem Text wird das sichtbar. Gerade weil es ein Arbeitstext ist, gerade weil es ein Arbeitstext ist, wird das sehr sichtbar. Das Zurechtkommen der Gesellschaft ist ein wichtiges Stichwort. Aber mit Kunst ist Gesellschaft noch nie zurechtgekommen, das ist ihr Markenzeichen, das ist ihr Wesen. Die morgige vielleicht, aber wenn sie dann morgen mit Busladungen damit zurechtkommt, ist die Musik schon tot, mit der sie zurechtkommt. Und das war ja auch die Situation, vor der John Cage vor diesem Orchester steht. Und da möchte ich diese Krise noch einmal, weil er für mich hier tatsächlich ein Denker, ein Künstler, ein Philosoph der Krise ist. Nehmen wir, ich glaube es war der Klarinettist, der pragmatisierte 30-Jährige. Was hält den am Leben? Dass er zwar 30 Jahre lang dasselbe macht, Klammer, eigentlich keine Musik mehr, aber das ganz gut. Und John Cage dreht das um und sagt, du bist eigentlich ein Musiker, aber du weißt nichts davon, das was du machst jedenfalls ist nicht gut. Und er kommt dann, jetzt kommt aber nicht, und das ist wichtig für das Zurechtkommen und was er produziert, er kommt nicht her und sagt, ich habe hier eine Partitur, wie der taube Beethoven allein in seinem Zimmer und sagt so, und jetzt sage ich euch, was Musik ist und Gnade euch Gott, das spielt jemand so wie bisher, sondern er kommt und hat eigentlich noch gar nicht die Komposition, er will den Musiker tatsächlich wieder zum Musiker machen und er sagt dann diesen Satz, lassen Sie den Vogel aus dem eigenen Nest fliegen und wenige Sätze später sagt er, aber wenn Sie dagegen aufbegehren, habe ich keine Kontrolle darüber. Das heißt, es findet ein völlig neues dialogisches Verhältnis statt, in der, der das Neue bringt, erstens einmal dem Alten hilflos ausgeliefert ist und zweitens darauf angewiesen. Also wenn das nicht eine zugespitzteste Krise ist und jetzt, und bitte nehmen Sie das nicht als Assoziation, sondern wenn Sie jetzt vorstellen, dass Sie heute vor, das Europäische Parlament, das besteht jetzt auch, 50 Jahre, es ist seit 1979 und ist auch ein Klarinettist. Nicht gerade pragmatisiert, aber mache ich doch auch. Jedenfalls glaubt es gut zu spielen. Der Apparatur, die Maschinerie, die Arbeitsintensität, die Abläufe, die sind sehr professionell. Das ist ein Orchester, das sich sehen lassen kann. Nur Neues spielen kann das nicht. Und wenn du jetzt dieses Parlament mit einer fulminanten Krise konfrontierst, und das sehe ich ja, sie halten sich ja ganz still, die Regierungen sind Feuerwehren und agieren jenseits des Rechts und wenn man dann im Parlament noch ein- und ausgehen kann und fragen, warum, ja, das ist jetzt alles ganz dringlich und die darf man nicht stören, dann sage ich, aber warum bildet ihr die gaffende Menge an der Brandstätte, statt dass ihr vielleicht überlebt, was sind die nächsten Schritte, was, wenn die Feuerwehr abzieht, was dann. Und da sieht man, dass dieses, also man muss auch hingehen und sagen, was die Krise wirklich löst, habe ich nicht. Es hat niemand die Partitur für die große Krise. Ich brauche diese Menschen. Was ich aber brauche, ist das, was er sagt. Ich brauche neues Denken, macht das integer, macht, schaut noch einmal hin, was ist soziale Gerechtigkeit. Gut, ihr habt zehn Wahlkämpfe geführt damit, ihr habt so Parteiprogramme damit geschrieben, ihr wurdet jetzt als linker Flügel oder was weiß ich was gewählt, aber schaut noch einmal, was das Wort ganz genau sagt. Heißt Solidarität angesichts der vollen griechischen Straßen, der spanischen Polizeischlachten, was anderes? Oder, dass hier plötzlich Mindestrentner 20 Prozent weniger bei steigenden Preisen zahlen und die Familien plötzlich beginnen, Nahrungsmittel zu sammeln oder in den Lebensmittelgeschäften Brotüberfälle stattfinden. Zwingt uns das, alle diese Begriffe auf ihre Integrität hin, neu zu prüfen, um auch etwas Neues hervorzubringen, um dann auch nobel handeln zu können. Also diese Krise ist einfach exemplarisch dort. Er muss, er kann seine Komposition nicht spielen. Erstens ist sie nicht fertig, weil dazu lässt er den, auf der Suche nach Integrität, muss er einen Spielraum lassen, er muss den Vogel aus dem eigenen Nest. Er fürchtet die Auflehnung, er spricht sie sogar an, aber wenn ihr euch auflehnt, findet nichts statt. Und in dieser außerordentlich prekären Situation schafft er etwas, man sagt, was sozusagen vor uns aller Augen ein Urproblem löst. Die Krise ist ja angeblich offen. Die Griechen sagten, es ist die Stunde der Entscheidung. Aber niemand kann eine Technik, eine Methodik, ein Verfahren nennen, wie in einer Krise nicht alles den Bach runter geht oder die Leute schreien, es muss noch alles viel schlimmer werden, dann kommt die Revolution oder jetzt erst recht und dann erst und all das. Wie ist ein konstruktiver Weg, um diese Krise tatsächlich zu einer Entscheidung zu öffnen? Und da kommt er und sagt, es geht nicht, indem ich euch zwinge, meine Partitur zu spielen, ich habe sie gar nicht. Ich kann euch nicht sagen, wie der Ton klingt, den ich von euch erwarte. Ich habe ihn gar nicht. Ihr müsst den Vogel aus dem Nest fliegen lassen. Ihr müsst ihn selbst finden. Aber er schafft ein Verfahren, einen Dialog, in dem der Vogel aus dem Nest fliegt. Und dieses Verfahren ist tatsächlich ein Abstraktes, in dem nicht nur Kunst entsteht, in dem alles menschliche Handlung geschieht. Danke. Ich hätte aber mal eine Frage an Sie. Wer oder was ist dann John Cage im politischen Raum? Weil Sie dürfen ja nicht vergessen, der war da und der hat denen gesagt, fliegt frei. Wer oder was könnte denn diese... Er hatte eine Partitur. Ja. Ja, aber natürlich hat er eine Partitur. Aufpassen. Er benutzt das System. Aber der Vorgang, ob Karajan den Figaro spielen will und sein Orchester so die Augen schließt und sagt, das war es noch nicht. Ich höre einen inneren Ton, das war es noch immer nicht. Oder ob ein Dirigent sagt, Moment, das... Ja, ihr wisst, was ihr zu spielen habt, aber wie... Aber den Klang, die Differenz zwischen dem Klang, den ihr jeden Abend herunterfühlt, 30 Jahre lang, für den wir die Eintrittskarten und die ausreichenden Subventionen und die Quoten haben, dass du da pragmatisierst, sitzt. Diesen Ton will ich nicht hören. Der Ton, den er hören will, steht aber auch nicht im Notenblatt. Sondern er verlangt... Ich muss jetzt kurz sagen, das ist der Punkt, wo wir so quasi die mit Cages Klängen und Dingen so lang aufgewachsen sind, ein bisschen vorsichtiger sind mit den Analogien oder so, weil... Ich glaube auch der Klaus Lang, wenn er vorher sagt, das mag ja alles nach... Oder ich habe es ja auch gesagt am Anfang, es mag ja alles nach Freiheit und Neuerfindung klingen. Man darf aber nicht vergessen, dass es alles ein Unglaub... Also selbst die Klänge, die in diesem Text angesprochen sind, die stehen ja in den Noten. Nur stehen halt, wie er selber sagt, zu wenig drin, dass die dazwischen anfangen, albern zu werden. Aber es ist ja nicht so, im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen im 20. Jahrhundert, wo Künstler komplett anders dachten und wirklich, ich weiß nicht, von Improvisationskonzepten bis Fluxuskonzepten, gibt ja viele andere Ansätze. Der Cage ist, da muss ich jetzt ein bisschen so quasi aufpassen, wo wir hingaloppieren, der hat ja mit ganz wenigen Ausnahmen und vor allen Dingen in den Orchesterstücken tatsächlich genau gewusst, wie er was spielt. Also der ist ja zu jedem einzelnen Orchestermusiker vorher hingegangen, hat mit dem das Instrument in der Hand genommen und gesagt, und jetzt probieren wir alles aus, was geht. Und da haben Sie jetzt völlig recht, auch wenn da jetzt Töne dabei sind, die Karian nie hätte hören wollen. Aber er hat sie zuerst ganz genau ausgetüftelt, wie geht das auf der Geige, diesen Klang, den man noch nicht gehört hat, zu spielen und den hat er dann in die Noten geschrieben. Wenn jetzt dann eine Aufführung kommt, wo das vielleicht ein anderer Geiger ist, der das nicht selber mit ihm einstudiert hat, dann konnte es natürlich vor allen Dingen in den 50er Jahren passieren, dass der gesagt hat, und das passiert bis heute, ein Orchestermusiker kriegt das hingelegt und das Erste ist, das geht nicht. Manchmal hat es auch gestimmt, es gibt Komponisten, die ich erlebt habe, die haben tatsächlich Töne geschrieben, die waren schlicht und einfach außerhalb der Range des Instruments, kommt vor. Im Normalfall ist es nichts, im Normalfall weiß der Komponist ganz genau, dass es geht, wenn man sich genug bemüht. Und ich sage das jetzt alles deswegen, weil eben in der Analogie zu anderen Vorgängen, wenn wir schon jetzt den Cage nehmen als Ausgangspunkt und nicht einfach, ich weiß nicht, das 20. Jahrhundert, dann würde ich schon sagen, man muss an diesem Punkt sehr, sehr vorsichtig sein. Selbst die Stücke, die bis heute vielleicht am provokantesten klingen würden und das sind vermutlich die großen Orchesterstücke aus den 50er Jahren, so wie das Klavierkonzert oder ähnliche Werke, die würden auch mit Sicherheit dem nicht entsprechen, das Sie gerade gesagt haben, nämlich jetzt plötzlich easy durchhörbar fast wie Loungemusik klingen, das passiert bei den späten Stücken mit ihren vielen Liegetönen, passiert mit Sicherheit nicht bei den Stücken aus den 50er Jahren, auch wenn wir es jetzt spielen. Weil ich jetzt auch sozusagen einfach mal sagen will, wir sollten nicht in die Falle tappen, dass wir jetzt quasi dieses Emblem John Cage nehmen und völlig darauf vergessen, dass der über 50 Jahre unfassbar viele, komplett verschiedene Ansätze entwickelt hat und nicht nur den einen, von dem in der einen Rede die Rede ist. Ja klar, das ist nicht so wie Mindelman Music, wo jedes Stück sich wie das andere anhört, provokativ gesagt. Eine große Spannbreite an Erlebnissen. Ja, Bill. Ich muss noch was sagen, jetzt auch was, Ihren dritten Punkt, nämlich was die konstruktive Seite der Musik betrifft. Man muss ja sagen, dass die Arbeiten von John Cage kompositorisch wahnsinnig komplex sind, sehr maschinell sozusagen, hat er auch Computer benutzt, um seine Verfahren zu steuern. Das heißt, für mich ist der wesentliche Punkt, dass er natürlich als Komponist, so wie er von jedem Musiker verlangt, dass er die Disziplin hat, dass er wirklich genau konzentriert dieses eine kleine Ereignis hervorbringt, so sind auch seine Partituren. Alles, was er schreibt, ist genau so, wie er gern hätte, oder nicht wie er gern hätte, sondern es ist einfach genau definiert, was zu passieren hat und auch die Vorgänge, warum an diesen Punkten genau das passiert, ist im Normalfall immer ganz klar regelhaftig vorgegeben. Das hat ja auch was mit seinem Begriff von Verantwortung zu tun. Er übernimmt ja auch sozusagen die Verantwortung für die einzelnen Ereignisse, die er in der Partitur fixiert. Das ist eben ganz genau, also in dem Sinne, das wollte ich auch noch sagen, finde ich, ist es auch seine Kompositionsweise eine sehr altmeisterliche Kompositionsweise. Es ist fast wie, also für mich ist das eigentlich sehr ähnlich wie ein Kontopunkt des 16. Jahrhunderts. Es gibt einfach ein vorgegebenes Material, das ist bei Cage anders, als im 16. Jahrhundert, also im 16. Jahrhundert sind es meistens gregorianische Chorele. Der Komponist hat ein ganz strenges Regelsystem, mit dessen Hilfe er diese Chorele anordnet und hält sich relativ, seinen persönlichen Geschmack relativ weit draußen. Aber, und genauso geht Cage eigentlich auch vor. Er hat ein sehr offenes Material und hat sehr strenge Regelsysteme, denen er das Material unterwirft, um genau das zu ermöglichen, dieses Material anders zu sehen, neu zu sehen, neue Aspekte in dem vorhandenen zu sehen. Also es geht jetzt nicht um Fantasie oder um Entfaltung von Persönlichkeit in diesem Sinne, sondern es geht eigentlich um das Erforschen von neuen Inbekannten und um das zu ermöglichen, entwickelt er einfach kompositorische Strategien. Und die geben dann natürlich dem einzelnen Musiker einen kleinen Bereich von Freiheit, aber der Bereich von Freiheit, dem Sie den Musiker geben, ist ja genau so gewählt, dass dann wieder die Klänge hervorgebracht werden, die Cage interessieren oder die er gern hören möchte. Ja, also ich werde mich natürlich hüten, mich mit Musiktheoretikern anzulegen. Aber als Text kann ich ihn analysieren. Als Text ist er mir zugänglich. Und da denke ich halt, wenn ich das höre, daran, dass der Mensch sich ja mit nichts schwerer tut, als einen Widerspruch auszuhalten. Wir haben ganz frisch, fröhlich und so mit Charisma von Chaos und Disziplin gesprochen. Kaum wird das Chaos ein wenig, darf es ein wenig aufleuchten, schreien alle nach der Disziplin. Nein, er hat ohnehin die Route gehabt. Nein, er wusste ganz genau was. Nein, er stand auf dem Papier. Nein, so war das nicht. Ja, das stimmt ja. Ich denke, wir haben es da mit der Schwierigkeit zu tun, einen Widerspruch auszuhalten, obwohl wir ihn gerade gepriesen haben. Also ich sage Text, nicht Musik. Ich räume das Feld, wenn Sie mir erklären, was er jetzt hier im Stück genau getan hat oder in seiner Musik. Aber es gibt ja auch eine Differenz zwischen seiner Musik und diesem Text. Er hat nämlich eine Rede gehalten. Und ich weiß nicht, ob er in der Musik alles das getan hat, was er hier gesprochen hat, aber was er gesprochen hat, weiß ich. Und da gibt es einen spannenden Satz. Tun Sie, was Sie können, um dem Stück zu ersparen, dass es der Aktivität einer Herde von Schafen gleicht. Lassen Sie es die Aktivität von 86 Menschen sein, die aufgrund einer Wahrscheinlichkeit zusammenkamen. Seine Komposition ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist einfach die, dass diese 86 Musiker gerade da sitzen. Und das bezieht sich nicht auf die Komposition. Nein, die aufgrund einer Wahrscheinlichkeit. Nein, nein, man kann es zumindest, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und das ist die Herde der Schafe. Wunderbar. Fortspielen, was Sie sagen, wir haben jetzt einen Text. Eine Möglichkeit, die durch eine Komposition präformiert ist, ist eine Wahrscheinlichkeit. Aber noch nicht mehr. Die Wirklichkeit ist eine der 86 und nicht des Komponisten. Ich habe das erlebt, ganz praktisch. Wir waren dieses Orchester mit 86 und 85 und haben erlebt, dass irgendetwas herauskommt, was von manchen zufällig auch ist. Und das haben alle erlebt, dieses allgemein menschliche Dilemma zwischen sich einer Anweisung unterwerfen und aber im Moment nicht wissen, was ist jetzt meines und was ist Orientierung und die nächsten Dinge gehören. Wir haben es praktisch erlebt, dass wir nicht aus der Auskunft und der Partitule innen steht in präziser Form, sondern in dieser allgemeinen Menschen in bestimmten Form. Und war das gut oder nicht? War das gut oder nicht? Natürlich, was ich glaube, war das sehr allgemeine Erfahrungen von Leben und von Gemeinschaftsorientierung und von Liberalität. Ja, das ist ja, wenn ich das mal so sagen soll, doch das Großartige an Cage. Ich denke, Sie haben es genau auf den Punkt gebracht. Da war noch eine Frage gleich da hinten, aber ich würde gerne noch, oder darf ich noch einen Satz dazu sagen und dann, ich wollte es nur nicht, ich habe es nur nicht hier im Blick gehabt und dann wollte ich nicht das übergehen. Für mich ist das der Kern des Wesens oder des kompositorischen und ästhetischen und auch persönlichen Wesens von Cage. Und ich würde da, ich glaube, dass wovon wir reden, ist, warum dieser Mensch mit seinem Wirken ein solches umfassendes Wirken hat. Und ich glaube, Sie haben das beschrieben, das berührt doch letztlich jeden Menschen, vielleicht nicht so, wie wir gedacht haben, aber letztlich berührt es uns. Und das meinte ich, ich meine, klar, vielleicht bei den großen Orchesterstücken, also 1776 oder so, da steht man vor so einem Berg von so einem Klang und weiß überhaupt gar nicht, wo man steht, aber es berührt einen trotzdem. Und das finde ich, wenn man sich darauf einlässt. Und ich würde gerne eine Geschichte dazu erzählen und dann können wir dann vielleicht zu der Frage übergehen. Und zwar, dieser innere Widerspruch, der war bei Cage angelegt, wie ich finde, in den Werken, auf unterschiedlichste Art und Weise, mal mehr, mal brutaler, aggressiver und mal ganz zart. und es gibt beispielsweise, wenn man jetzt spricht von der Genauigkeit oder der Unmöglichkeit, bestimmte Genauigkeiten auszuführen, gibt es schöne Beispiele in den Werken der 50er Jahre, den Zahlenwerken der 50er Jahre oder auch Water Music oder Music of Changes, in denen die Zeitspannen zwischen den einzelnen musikalischen Akkorden oder Tönen immer größer werden, als ob das, was dann in 433 an Raumklang dazukommt, an Zufallsklang, sozusagen in die Komposition eindringt. Und Cage hat ja auch in seinem Werk, in seinen Schriften apropos, ganz, ganz selten von 433 alleine gesprochen. Es war ihm unangenehm. Es gibt nur zwei Texte in seinem Gesamtwerk, wo er sich überhaupt auf das Stück bezieht, sondern er spricht sonst nur von den Silent Pieces. Dazu gehört 433 aber auch 0,0, aber auch die Zahlenstücke der 50er Jahre und viele mehr. Er wollte also dieses Stück in seiner Wirkung in einen Kontext stellen. So hat er das immer begriffen und auch immer dargestellt. Es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel in Water Music oder so sich anguckt, wie diese Sachen notiert sind, diese verrückten Klänge, das stimmt ja alles, was hier berichtet wird, dann steht da zum Beispiel, spielen Sie den Akkord genau bei Minute 18, 23 Sekunden und 437 Millisekunden. Das kann natürlich keiner, aber es geht um den Gestus und den Effort, das dann so zu platzieren, dass es da irgendwie dann doch stattfindet und man weiß, in dem Moment, wo es spielt, wo man spielt, es geht gar nicht. Man kann es nur approximieren und diese Spannbreite zwischen Genauigkeit und Ungenauigkeit, die oft im gleichen Moment vorkommt, das ist das, was glaube ich Cage als Wesen ausmacht und das, was wir immer wieder erleben, wenn wir mit seinem Werk in Berührung kommen. Dazu eine Geschichte aus meiner, und dann können wir weitermachen, aus meiner, ist es jetzt schon zu viel, ich weiß es nicht, aber es geht. Also bei dem Film, also One Eleven, weswegen ich ja hier sitze heute, war Cage's letztes Werk und dieser Film ist 90 Minuten Licht und Schatten und am Ende aber steht The End und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Der Film ist also 90 Minuten lang und soll eigentlich begriffen werden als eine Art Endlosschleife und man kann ihn auch als solches beispielsweise in einem Raum als Kunstwerk zeigen, als bewegtes Bild beispielsweise, das darf man, man kann ihn auch im Fernsehen aufführen, dann hat er noch mal eine andere Wirkung. Im Konzertsaal bei der Uraufführung mit der alten 35 Millimeter Kopie gab es aber dieses The End, das ist auch auf der DVD und das gehört mit zu dem Werk schon auch irgendwie. Warum steht dieses The End da? Also das ist nicht nur, das ist dieser klassische Widerspruch, den Cage manifestiert. Und dafür gibt es jetzt unterschiedliche Erklärungen und unterschiedliche Wirkungen und Cage war sich dessen bewusst, dass es nicht immer eine Lösung gab und er hatte die Begabung, in das Werk mehrere Lösungen hineinzubringen. Und die romantische Lösung war, dieses Werk, was aus Schattenspielen besteht, ein Schwarz-Weiß-Film 1992 zu Ende gestellt, fertiggestellt, fußt auf eine romantische Erfahrung, die er als junger Mensch in Italien hatte, bei der er eine Leinwand auf einem Dorfplatz flatternd sah, bei dem der Film nie aufgeführt wurde. Und er war fasziniert von dieser leeren Leinwand und den Schattenspielen darauf. Es war also eine Erinnerung, trotz aller Zufallsoperationen, aller kompositorischen Mechanismen, einer Erinnerung an etwas, was ihn in seiner Kindheit, in seiner Jugend Spaß gemacht hat. Das The End kommt daher, weil in seiner Jugend, in seiner Kindheit, die Schwarz-Weiß-Filme alle The End hatten. Und er wusste natürlich auch, dass er mit 80 irgendwann bald am The End steht. Und ich weiß noch, als ich ihm vorschlug, dieses Projekt zu machen, wurde er mal in einem Interview gefragt, warum er das angenommen hat, weil es ein ziemlich hoher Aufwand ist, einen Film herzustellen. Und er sagte, ja, wenn er schon noch diese Möglichkeit kriegt in seinem Alter, muss er drauf springen. und die Pointe kommt jetzt bei der Uraufführung, er war gerade drei Wochen verstorben, Wolfgang Becker Carstens, also eine Chorifere, Redakteur beim WDR, der zeitgenössischen Musik, der Nachkriegszeit, der Hunderte, wenn nicht Tausende von Kompositionen in Auftrag gegeben hat, sah das und konnte es nicht glauben, dass da steht, The End. Und er war sich sicher, dass ich, er war damals 26, dass das mein Werk war. Ich war also der Frevler, der also diesem wunderbaren Schattenfilm so ein End aufgedrückt hat, ein Finales. Und jetzt kommen wir also zu dieser Uraufführung mit dieser riesigen, wunderbaren, alten 35 mm Projektionsmaschine. und Wolfgang sagte, ihr müsst diesen Film anhalten, damit dieses The End nicht zu sehen ist. So, jetzt läuft da eine Uhr ab, 90 Minuten, jetzt hat er aber, mir hat natürlich niemand bedacht, dass diese alten mechanischen Maschinen, die halten nicht einfach an. Die ist wie eine Bremse, die läuft dann noch ein bisschen weiter, sodass The End, also dann schließlich eine Viertelstunde da stand. bis sie das Licht ausgeschaltet hatten. Wenn sie das weiter einfach hätten laufen lassen, dann wäre das nach 5 Sekunden vorbei gewesen. Und das sind die Spiele, die mir dazu einfallen. So, das wollte ich nur sagen. Und dann hatten Sie ja noch eine Frage. Bitte schön. Mich würde interessieren, dass was nicht angesprochen wurde. Warten wir, keiner am Mikrofon. Michael Kerpler ist Mikrofone gewöhnt. Mich würde interessieren, ein Punkt, der noch nicht angesprochen worden ist, nämlich der Zehn-Buddhismus. Der Zehn-Buddhismus. Also das Spirituelle, das ja auch im Text vorkommt. Und ich finde es wunderbar, dass Sie das jetzt gerade angesprochen haben, weil das Zyklische bei Cage, also die Schleife, das Asiatische, wenn Sie so wollen, erinnert mich daran, dass im Zehn-Buddhismus ja auch, es heißt, man soll aufhören zu suchen, weil nur dann findet man. Und auch so kann man Cage hören. Und vielleicht ist das auch ein Tipp in Richtung der Musiker gewesen. Also mich würde jetzt interessieren, was Zehn-Buddhismus bei Cage für eine Rolle oder für ihn auch in der Komposition für eine Rolle gespielt hat. Danke. Also ich kann da was zu sagen. Wir wollen auf keinen Fall darauf verzichten, dass Sie was dazu sagen. Aber vielleicht, Sarah Spiekermann hat auch Musiker. Das ist ja eine Apotheose der Anarchie, was sie wird. Ich sollte nur ein Anarchist nicht immer darauf verzichten, dass Demokratien zu denken. Ja, genau. Du bist halt. Also ich habe mir darüber, also genau bei diesem Punkt nämlich auch Gedanken gemacht und ich möchte Ihnen aus der Sicht der Wissenschaftlerin beantworten. Sie haben ein ganz, ganz strenges das Reglementarium, nach dem Sie arbeiten. Da muss methodisch jeder Handgriff perfekt sitzen und da dürfen auch keine Fehler gemacht werden. Aber mit diesem Instrumentarium schaffen Sie keine wissenschaftlichen Fortschritt. Sie schaffen nur wissenschaftlichen Fortschritt, wenn Sie, wir nennen das manchmal das Wissenschaftsgehen. im buddhistischen könnte man auch sagen, Sie brauchen einen Link nach oben und Sie müssen, was er hier auch beschreibt, als Mittler handeln, sondern einfach wie ein Mittler handeln, der Kraft eines gewissen Magie, einer gewissen Magie imstande ist, diesen Klang in sein eigenes Zentrum zu bringen oder zur Existenz zu bringen. Und das ist es genau. Das ist auch das, was Sie gerade angeschaut haben. Sie haben sich ein bisschen ereifert, dass hier sozusagen Abstand genommen wird von der eigentlichen Härte, mit der hier wissenschaftlich präzise bis auf die letzte Sekunde gearbeitet werden muss. Ja, das muss sein, damit überhaupt dann die Antenne durchleitet. Und der Zehn-Buddhismus ist ja im Unterschied auch zum klassischen Buddhismus einer, der sagt, man muss es praktisch umsetzen. Das heißt, man hat das buddhistische Element des Allgemeinen, was einen also magisch durchfließt, man bekommt die Information und dann muss man es aber im Zehn-Buddhismus umsetzen. Und das ist genau diese zwei Seiten. Um zur Umsetzung muss man wissen, wie man umsetzt. Und dafür braucht man die Methodik. Das war mein Statement dazu. Ich kann schnell eine Geschichte vorlesen. Es ist eine der Geschichten aus dieser 90-Minuten- oder 90-Geschichten-Textsammlung Indeterminacy oder Unbestimmtheit auf Deutsch. Also da hat der Kate wirklich einfach 90 so Kürzastgeschichten geschrieben, die sich alle immer in einer Minute lesen ausgehen sollten. Manche haben so wenig Texte, dass man dann sehr langsam lesen müsste. Manche haben so viel Text, dass man es unmöglich schaffen kann. Genau in diese... Man kann approximativ möglichst wenig länger als eine Minute brauchen. Man kann es nicht in einer Minute lesen. Das hier ist einer mit etwas weniger Text. Und in diesem Text, da mischen sich komplett in diesen Texten so sehr persönliche Erfahrungen. Es gibt übrigens auch eine Geschichte zum Orchester-Thema, die kann ich Ihnen auch noch kurz vorlesen. Und es tauchen immer wieder mal so ganz kleine Auseinandersetzungen mit eben Zen-Duthismus und auch anderen spirituellen Geschichten. Manche davon sind auch irgendwie sehr charmant und haben fast einen Point. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die heißt, zwei Mönche kamen zu einem Fluss. Einer war Hindu, der andere Zen. Der Inder begann den Fluss zu überqueren, indem er auf der Wasseroberfläche wandelte. Der Jepada wurde ganz aufgeregt und er rief ihm nach, zurückzukommen. Was ist los, sagte der Inder. Der Zen-Mönch sagte, das ist nicht der richtige Weg, den Fluss zu überqueren. Folge mir. Und er führte den Inder an einen Ort, an dem das Wasser so seicht war, dass sie durchwarteten. Bitte, weiter im Zen-Buddhismus. Gut, ich sage was dazu. Es gibt schöne Beispiele bei Cage in dem grafischen Werk. Er fing ja als Maler an, hat er auch immer wieder erklärt, dass er aufgrund seiner Studienzeit bei Schönberg vom Malen im Grunde genommen abgekommen ist und sich auf die Komposition konzentriert hat. Und in den letzten 15 Jahren seines Lebens kam er aber da wieder zurück und kam zu sehr interessanten Ergebnissen, wie wir finden, und benutzte den Ryoanji-Garten aus Kyoto als eine Art Matrix oder ein Blueprint, einen Architekturplan für diese Serie an Grafiken und Zeichnungen, die er da entwarf. Warum? Weil es ein Zen-Garten ist und er die Bedeutung dessen, was man dort tut, die absichtslose Absicht oder umgekehrt die absichtsvolle Absichtslosigkeit, in dieses grafische Werk hineinbrachte, indem er beispielsweise die Steine aus diesem Garten nahm und sie einfach nur umkreiste mit dem Bleistift. Also selbst sich herausnahm, soweit er konnte, aus diesem Prozess des Herstellens von etwas. Und diese absichtsvolle Sinnlosigkeit, die führte dann wiederum zu dem, was ich glaube, also wenn Sie fragen, wie kommt der Zen in das Werk von Cage, dann ist das schon mal eine Beschreibung davon, was da passiert bei Cage. Und in diesem Zusammenhang habe ich ihn mal gefragt, als wir zusammen diesen Film herstellten, wie kann das eigentlich sein, dass du ständig sagst, ich stelle anarchische Situationen und Anarchie her. Ich meine, da muss ja jeder vernünftige Mensch denken, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Selbst wenn man die ganzen schönen, großen Definitionen von Anarchie kennt, es bleibt ein Widerspruch in sich selbst, weil er doch die Situation geschaffen hat in irgendeiner Form oder zumindest das Spielfeld. Die Antwort war auch genauso wieder wie the end, I do it so to say stupidly. Ich mache das, ohne darüber nachzudenken, wie ein Dummer. Und das ist ein ganz guter Ansatz, ob das jetzt stimmt oder ob das eine Provokation ist. Es ist diese Idee, dass man in diesem Garten steht und man macht einfach eine Figur, möglichst, indem man sich einfach in die Situation hineingebt und nicht vorher darüber nachdenkt. Und das wäre jetzt so eine Antwort auf die Frage, wie kommt der Sender hinein? Ich habe die Geschichten ja deswegen mit, weil wir ja morgen, falls noch irgendjemand von Ihnen morgen Mittag da ist, als Abschluss so eine kurze Performance machen mit diesen Unbestimmtheitsgeschichten. Deswegen habe ich es interessiert hier bei mir. Da passt es noch eine im Sinne, nämlich der Zirkularität oder auch der Dauer, die angesprochen wurde. Das hat weniger Point, aber es ist auch irgendwie ganz charmant. Im Zen-Buddhismus sagt man, wenn etwas nach zwei Minuten langweilig ist, probiere es vier Minuten. Falls immer noch langweilig, acht Minuten. 16, 32 und so weiter. Schließlich wird man merken, dass es überhaupt nicht langweilig ist. Darf ich auch noch eine Geschichte erzählen? Die ist jetzt von einem anderen Suzuki, auch ein Zen-Lehrer. Der hat folgende Geschichte erzählt. In einem Zen-Kloster ist es ja, so wie in jedem Kloster, gibt es eine ganz strenge Ordnung. Man steht um drei Uhr in der Früh auf. Jede Bewegung ist eigentlich bis zum Ende durchchoreografiert. Wie setzt man sich hin? Wie steht man auf? Wie isst man? Also es ist alles, folgt alles einer Ordnung. Und dann hat er gesagt, also bei einer Rede, das Interessante für ihn ist, wenn dadurch, dass jeder von den Mönchen sich auf eine bestimmte Art und Weise hinsetzen muss, dadurch entsteht, gerade dadurch, dass jeder diese Form beibehalten muss, kann ich die Individualität jedes Einzelnen erkennen. Wenn jeder einfach hier sitzen würde, völlig wahllos, dann wäre es total schwierig, die Unterschiede zwischen euch zu erkennen. Aber dadurch, dass ihr euch an diese Form halten müsst, dadurch erst wird die Individualität erkennbar. Und ich glaube, dass das auch sehr viel mit der Kompositionsweise von Cage zu tun hat, dass er einfach die Klänge erforschen wollte, dass er hören wollte, was zu hören ist. Und um das möglich zu machen, um das überhaupt zugänglich zu machen, hat er sich eben dieser Kompositionstechniken bedient. Und genau diese Haltung, das ist ja auch eine Zen-Haltung, dass man eben nicht versucht, durch die Kompositionstechnik seine Fantasie auf die Objekte rauf zu projizieren, sondern das freizusetzen, was eigentlich in den Objekten oder in den Klängen da ist. Das ist eine Haltung, die sehr stark aus diesem buddhistischen Denken kommt. Ich habe gerade bemerkt, dass wir völlig aus der Zeit sehen. Es ist schrecklich. Seit einer Viertelstunde sollte Pause sein. Also ich denke, wir sollten uns kurz halten. Und eine letzte Geschichte habe ich dann noch, damit dieser Dualismus von Strenge und so noch ein bisschen aufgelockert wird. Da bin ich ganz froh, weil es wird mir ja auch niemand zumuten, eine Assoziation, geschweige denn eine Analogie zwischen Zen und der Politik herzustellen. Das würde mich restlos überfordern. Und ich glaube auch einen Buddhisten. Aber es geht auch gar nicht, also mir wäre es wichtig zu sehen, dass ich gar nicht über Assoziationen oder auch nicht über Analoge rede. Aber was hier der Fall ist, ist eine Schule. Und ein Begriff, ich nehme nur einen raus, der für mich wichtig ist, um den er immer wieder kreist, ist die Intentionslosigkeit. Und das ist eine Schule. Denn wenn ich es jetzt politisch betrachte, ist die Wahrnehmung der Wirklichkeit, geschweige denn das darüber reden, denken, vermitteln, kommunizieren, ausverhandeln, auseinandersetzen, immer von Bedeutungen beladen, von Intentionen, also von Absichten. Und ich finde es schon spannend, dass sozusagen philosophisch betrachtet, man dem, das Sein bestimmt das Bewusstsein, das Interesse bestimmt die Sprache, die Wahrnehmung der Wirklichkeit, so einen radikalen, erkenntnistheoretischen Ansatz gegenüberstellt, dem letztlich sich die Politik genauso wenig entziehen kann, sollte, wenn es den Nobeln handeln, wenn es den Nobel handeln will, dass es möglich sein muss, und in der Krise vor allem, wo alle Gefüge auseinander sind, wo der Verteilungskampf, das ist ja auch eine Form der Krise, nicht das eigene Interesse, bis in die Intention hinein, bis ins Unterbewusstsein, wirken und reden zu lassen, sondern den Versuch zu machen, und dazu ist natürlich eine solche Disziplin, geradezu eine Meditationsstunde, eine Trainingstunde, ein Fitnessprogramm, an dem man sich abstrampeln kann, zu versuchen, etwas zu Wort kommen zu lassen, ohne es schon im ersten Vokal absichtsvoll zu benutzen. Und das wird uns helfen, den freieren Geist, auch für die Technik, auch für die Gesellschaft, einen freieren Geist zu haben, wenn wir den anderen mehr zu Wort kommen lassen, als wir es in der bisherigen Ordnung gewohnt sind, und in der Krise brauchen wir das, das andere mehr zu Wort kommen zu lassen. Gut. Ja. Ich bedanke mich im Namen der Veranstalter für das Teilnehmen. Noch zwei Hinweise am Schluss jetzt. Erstens, mir ging während unseres Gesprächs nämlich eben über all diese Gleichzeitigkeiten, die man im Cage-Toon findet. Es gibt YouTube sei Dank einen Tipp, den jeder von Ihnen sehr leicht nachvollziehen kann. Der Cage ist 1962 mal in einer amerikanischen Fernsehshow aufgetreten, wo erkennbar am Moderator natürlich jemand wie Cage komplett überhaupt fehl am Platz ist. Also ich meine, die wussten schon, wer er ist, aber sonst war es eigentlich so eine Rate-Quiz-Show, so wie es halt dann später bei uns auch gab. Und der Cage führt dort nicht Water Music auf, sondern den Water Walk. Und vorher reden sie noch drüber, dass am Nachmittag sich die Gewerkschaften gemeldet hätten, weil der Cage in seiner Partitur hatte stehen, dass fünf so Transistorradios eingeschaltet und wieder ausgeschaltet werden während seiner kleinen Performance. Und plötzlich waren sich zwei Junions nicht einig, wer jetzt zuständig ist für das Einschalten von Radiogeräten auf der Bühne. Und der Cage, und das sagt der Fernsehmoderator, und der Cage sagt dann, ja nur damit das Publikum sich jetzt nicht wundert, nachdem ich es nicht einschalten darf, dort wo in der Partitur steht, ich schalte es ein, haue ich drauf, und dort wo steht, ich schalte es ab, werfe ich es runter. Und dann macht er wirklich im Fernsehen diese Performance. Und es ist erstens wirklich lustig, und zweitens, da braucht man dann jetzt ganz viele theoretische Diskussionen über Disziplin und Haltung und Ernsthaftigkeit und gleichzeitige Anarchie nicht, wenn man sich diese drei Minuten sich anschaut oder fünf, weil mit welcher Grandezer und Ernsthaftigkeit er diese Abfolge und absurden Klangerzeugungsvorschriften, die er sich selber gibt, einhält, mit der Stoppuhr in der Hand. Also es geht ja eben nicht darum, irgendwann einen Krach zu machen, sondern nach einer Minute die 54 Sekunden. Es ist ganz kurz, man kann es anschauen und man versteht, glaube ich, ganz viel von diesen auch vergnüglichen Widersprüchlichkeiten, die da drinstecken. Dann wollte ich jetzt nur, weil eben so viel von Orchester die Rede war, sagen, es gibt mit dem RSO Wien zwei Cage-Aufführungen, eine jetzt schon am 11. Oktober, da spielen wir tatsächlich einen großen Wiener Konzerthaus zur Eröffnung der Saison vom Konzerthaus, das 433-Pause-Stück. Und eines der Wien-Modern-Konzerte hat auch ein Cage-Stück, das kann ich noch ganz kurz erklären, das ist ein großes, fast dreiviertelstündiges Stück. Ich wollte es vorher auch schon mal kurz einwerfen, weil es auch eins ist, das aus eben 76 ist, 200 Jahre Amerika, wo er tatsächlich alte Chorale, Chorele, also so Hymnen nimmt und die so fragmentiert, dass 93 Orchestermusiker ständig auf der Bühne sind und nie spielen mehr als vier. Auch eine unfassbar disziplinierte Aktion, obwohl es natürlich rein theoretisch Zufallsoperationen sind, die auswählen, wer wann was spielt, klingt natürlich wirklich wie ein, wie soll ich sagen, wie ein abstraktes Gemälde, wo der Choral noch durchschimmert, weil man erkennt es schon, weil es immer nur so kleine Fragmente sind. So, und zuletzt die Geschichte. Im chinesischen Gedichtwettbewerb, durch den der sechste Patriarch des Zen-Buddhismus ausgewählt wurde, gab es zwei Gedichte. Eines lautete, der Geist ist wie ein Spiegel, er verstaubt. Das Problem besteht darin, den Staub zu entfernen. Das andere, nämlich siegreiche Gedicht, war genau genommen eine Antwort auf das erste. Es lautete, wo ist der Spiegel und wo ist der Staub? Einige Jahrhunderte später lebte in einem japanischen Ploster ein Mönch, der ständig badete. Ein jüngerer Mönch trat zu ihm und sagte, wenn es doch keinen Staub gibt, warum badest du ständig? Der ältere Mönch erwiderte, einfach ein Bad, kein Warum. Danke.